Kann der Peter Mami überhaupt seinen Geburtstag feiern? Ich glaube schon, denn er kriegt jetzt eine wirksame Medizin gegen seine Erkältung. Unser gutes Vigvaporub. Vigvaporub tut gut wie ein wärmender Umschlag. Die heilsamen Dämpfe befreien die verstopfte Nase und lösen den Husten. So, ich glaube wir können morgen Geburtstag feiern. Oh ja, Mami. Vigvaporub. Gute, wirksame Medizin.